Ich gehe in die Schuhe, weil meine Tante und meine Cousine auch schon in die Schuhe gegangen sind. Ich gehe gerne in Mistelbach, weil es viel abwechslungsreiche Fächer gibt und im Berufsleben stehen dann viele Türen offen. Am besten finde ich in Mistelbach den Zusammenhalt in unserer Klasse und ich fühle mich da einfach wohl. Ich gehe in Mistelbach, weil das Schloss so cool ausschaut. Ich will Floristin werden und deswegen habe ich Mistelbach als passenden Kunden. Die Mama betreibt daheim einen Blumenladen und darum wollte ich unbedingt nach Mistelbach. Ich bin nach Mistelbach gegangen, weil ich meine Kreativität ausleben will. Uns gefällt auch Mistelbach, das Internat, weil es immer Fetzengard ist. Wir finden Mistelbach super, dass wir so schnell mit Mold herkommen. aufhören. Wisst ihr euch immer noch! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020